Wer zwei Raka'ah, ganz normale zwei Raka'ah, in der Moschee Kuba betet, bekommt den Lohn, als ob er die Umrah vollzogen hat, mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Guckt mal, was für ein Geschenk. Und der Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, besuchte sie auch immer wieder. Das heißt, da sie die Ersten waren, die den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, aufgenommen haben, hat eben der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ihnen diese frohe Botschaft verkündet, dass das Gebet in dieser Moschee besonders ist. Diesen Lohn kriegst du ja nicht überall. Zwei Raka'ah, du bist jetzt einfach zwei Raka'ah, kriegst du den Lohn einer Umrah mit den Propheten. Was heißt das, wenn du hörst, eine Umrah mit den Propheten? Eine perfekte Umrah. Stell dir mal vor, du gehst mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und machst eine Umrah. Wie wirst du die Umrah machen? Wirst du den ganzen Tag shoppen gehen? Ich sage jetzt nicht, dass es Haram ist, dass du parallel, also nach der Umrah oder vor der Umrah, auch dort in die Geschäfte gehst. Aber du wirst sicherlich diese Umrah mit so einem Reiseführer, Reisebegleiter auf beste Art und Weise verrichten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.